Seid ihr so versessen auf den Tod? Vielleicht lässt sich der Lauf der Geschichte nur ändern, wenn wir in die Offensive übergehen. Die eiserne Horde muss gestoppt werden. Hört gut zu, Helden. Ihr wurdet eigens für diese Mission auserwählt. Fallen wir, dann fällt Hatseroth mit uns. Diese Fremden aus anderen Welten werden alles niederbrennen. Erhebt euch, eiserne Horde! Ich werde stark werden und unser Volk schützen. Dieses Land braucht euch. Viele Prüfungen warten auf uns und viele Helden werden ihr Leben opfern. Das wird knapp. Ich weiß, ich werde wohl kaum zurückkehren. Kämpft ihr mit uns? Die eiserne Horde wird siegen! Du kannst noch wählen. Unser Band ist eisern. Aber ihr seid so einfach zu brechen.